so machen wir hier so ein kleines teil geht mal hier runter jetzt tun wir schafe spawnen ich weiß wie viele schafe brauchen wir hier keine ahnung 20 30 auf jeden fall genug dass wir genug wolle haben ja macht der ranger gerade hier schon jetzt muss ich eben warten bis das schaf hier komm schaf zieh dich mal wieder an eins zwei schaf kannst du wieder wolle produzieren hallo hallo schaf friss jetzt was friss doch jetzt gras oder was weiß ich du bist jetzt einfach hallo du bist nackig aber jetzt mach frisst du jetzt mal was oder wie guck mich nicht so an geht doch das ding ist war jetzt voll falsch mit dem block der sechste block in der mitte und dann alles links von fünf blöcke lang okay so 1 2 wenn die strom ach ja die scheiß dinge sind angeschlossen 3 4 ok jolo 1 1 2 ok 3 4 5 so machen wir eben 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 7 8 10 10 10 10 10 11 14 15 Alexandria 20 15 21 22 23 23 Dann schicke ich die mal irgendwo was. Mehr Inventalen, dann kann ich die mir auf einmal schicken. Ja, mach mal ganz viel. Zack. Stone. Oh. Ich sehe es, ich habe gesehen, dass du die Truhe aufgemacht hast. Wollen wir noch mehr? Reicht erst mal. Okay. Beste Postfach. Ja. Das reicht erst mal. Kann ich nochmal. Letzte Erdwohne machen, die ich machen wollte und schon wieder was anderes gemacht habe. Noch vieles durcheinander, ey. Eigentlich wollte ich auch was anderes machen, aber... Ich glaube, du machst auch keine vieles durcheinander, ne? Ja, ich wollte gerade die Bienen machen, zumindest schon mal starten. Aber da hat mir die Wolle gefällt, da musste ich erst die Wolle herstellen. Und da ich das noch nicht hatte, musste ich erst andere Sachen machen. Ja. Ja. Ehm, das war da. 1, 2, 3, 1. Ach, Centus, ganz ehrlich, ey. Fick dich. Da sind ein paar Schafe drunter. Da können euch noch ein paar Schafe mehr rein. Geh weg, Schaf! Ich muss hier gucken. Nein, das heißt Fick dich, Flash! Kannst du noch ein paar Schafe mehr spawnen hier? Ich hab Bock drauf. Der hat einen Afro-Kopf! Gib her! Der hat einen Afro-Kopf, gib her! Jetzt hab ich auch einen Afro-Kopf. Ja, ich hab aber was anderes auf dem Kopf gesehen gehabt. Wobei ich was anderes ausgewählt hatte eigentlich, aber nein. Ich hab einen Afro-Kopf jetzt hier. Afro-Kopf, Mann. Ja, es bauen noch ein paar Schafe. Das mach ich meist mal mit der Pflanze zuwolle. Wie Wolle haben wir denn? Wie Wolle haben wir denn? Das hat wie Wolle. Fein. Eins, zwei. So. Was haben wir denn? ich nicht so saufen stieg ob er hier noch ein backpack drin jetzt ist anders stop ich hätte gedacht dass wir noch eins haben egal dann immer ein kleines hier die ist doch schnell gestellt alter das dann das so du mensch kuscheln wir jetzt halt so ich glaube ich weiß warum die schnell gestellt ist weil das nur eine ruhe rauskommt kann man wieder kann man jetzt einen kleinen backpack zum großen machen oder gar nicht dann gerufen geht da brauchst du dieses gebrannte leder mit den strings ein paar leder und den rest strings ja aber brauchst du das taint leder aber du kannst doch keinen kleinen rucksack zum großen machen doch kannst du okay in der mitte den kleinen rucksack und und ringsherum dann taint leder das funktioniert ich habe jetzt kein rezept dazu gefunden das funktioniert schon gemacht was willst du kleine missgeburt was willst du von mir tot sterb du trägst viel konnte man nicht mehr irgendwie ich nenne dir echt immer night weiter soll ich jetzt auf den rucksack da gebiet rausschreiben damit ich werbung habe machen wir in deine text auch einschreiben ja also wie du dann gehältet wirst mach einfach mal ich glaube dir ist das sowieso egal ne juckt mich nicht weil du richtig zurückhält ist juckt mich nicht einfach ich glaube da gehen noch ein paar schafe da gehen noch ein paar schafe definitiv so zwei erst rettung ach guck mal da gibt es sogar zwei stück irgendwie fressen die schafe keine erde mehr oder kein gras und das verschwindet nicht keine ahnung weil die sonst hätte ich jetzt hier nur noch erde deswegen habe ich auch die beine schon so hoch gesetzt ah das reicht das reicht nein 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 so fuck 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 oh spinne spinne spinnst du oder was was ist mit dir falsch alles weißt du doch weißt du im dunkel greift die wieder an oder was die kleine falsche spinne kleine fix spinne sei doch nicht so gemein die ist gemein alter spinne ich warne dich ich hab dir nichts getan äh welcher war der hover mod ja oh sterb alter hab ich glück gehabt ich hab ja fast gestorben oder leckt gerade der server server liegt nicht auch alter ich hab den falschen button gedrückt gerade eben keine umal ne copy now achja ähm was brauch ich denn noch dafür jetzt zwei feuer rum ok die müsste ich eigentlich noch haben sonst darf ich mir die gleich auch nochmal herstellen ach creeper verpissi ja hau ab ich geh meh 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 jetzt können jetzt mal wieder paar villager stände unten ach mein creeperherz kann ich das essen ja du hast das creeperherz ach scheiße was das ist wenn du das creeperherz siehst ne explodiert das was das explodiert das herz oder was ja ok das explodiert einfach und macht echt trotzdem kaputt alles außer aber auch beim blöcken jetzt in der umgebung aber wie ja lol haben wir ja auch noch haben so ein creeperherz ja ein creeperherz ok dann geh ich mal eben außerhalb ich will das auch essen hihihihihi ich dachte wodor migst mit dir das jetzt wir haben doch blockdamage aus gemacht ja aber irgendwie ist daè curiosity damage an hahaha hat das heißt kollger herz ich brauche es Aber keine freierungen nicht schmide also ne das aller ist natürlich das ist natürlich voller screefing ne hier ist mal wird schon dein leben regen Boom, am besten so, wenn du im E-System bist oder so. Ja, aber schon im E-System. Ich weiß, dass ich gerade Gunpowder bekommen habe. Und was gibst du mir jetzt? Hallo? Was denn? Was mir gerade gegeben hast? Ich wollte irgendwo meinen Müll durchswerden. Du Spacken. Kennst du dich doch. Ich kann mir den Mann aussehen. Oh, du hässiger Pisser. Was denn? Brauche ich nicht mehr, wirklich. Weißt du Sachen davon? Doch, du kannst das immer noch gebrauchen, glaub mal. Nein, deine Oma. Habe ich Glas eigentlich bei mir im Ementar? Mit Rituary mache ich auch gerade gar nichts. Ich habe gar kein Glas im Ementar. Könnte ich eigentlich so. Das kann ich später machen. So, jetzt haben wir erstmal genug Schafe. Ja. Wir haben jetzt schon wieder das Deckwolle, ja. Das ist schon mal gut. Dann kann ich jetzt auf Bienentour gehen. Bienentour. Verschaden einen verdammten Schaden. Vielleicht mal mein Jackpack aufladen. Haben wir vielleicht irgendwo Bienen hier in der Nähe gehabt? Das schon? Oder hast du irgendwelche bei dir? In den Kisten? Nö. Okay. Okay. Ah. So, die Feuer ruhen. Zack. Okay. Jetzt brauche ich... Was brauche ich? Was brauche ich? Was brauche ich? Der hatte glaube ich mal ein paar Bienen. Aber ich weiß auch nicht, wo der die jetzt hingepackt hat. Warte mal, ich habe davon vier und davon drei. Okay. Dann kann ich mir drei Blumen sogar schon machen. Da sind keine Bienen. Da sind keine Bienen. Zwei Rot. Zwei Grau. Zwei Weiß. Okay. Also. Zwei, vier, sechs von jedem. Komisch. Ja, dann gehen wir mal auf Bienensuche. Hab ich so'n Ding? Ladadidi, ladadada. Zwei Stunden und 15. Ich kann mal kurz den Kapp machen.